Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und es wird draußen langsam kalt. Was machen wir da, Christoph? Richtig, wir machen das Feuer an. Das Lagerfeuer brennt wieder. Christoph hat kräftig Holz gesammelt. Zwar nur viele kleine dünne Stöckchen, aber zum Glück habe ich hier noch zwei, drei Scheite dabei. Und wir haben es uns mollig warm gemacht, Christoph, das Feuer am Strand brennt. Herzlich willkommen hier heute mal wieder zu einer Lagerfeuer-Folge. Was hast du uns denn heute mitgebracht, Christoph, an dieses mollig warme Feuer? Ich dachte jetzt, wenn du sagst, draußen wird es kalt und wir fahren in die Wärme, denn wir düsen ja endlich mal nach Jahren. Wie viele Jahre ist das her, dass wir mal in einem Langstreckenflieger saßen, Adrian? Aber wir düsen endlich mal wieder nach Thailand gerade. Wir sind gerade auf dem Sprung, gar keine Zeit hier für ein Lagerfeuer. Wir müssten eigentlich Koffer packen, Christoph, weil das alte Spiel wieder, wer schafft es mit weniger Gepäck? Wir werden am Flughafen wieder wiegen. Wir treffen uns ja in München dann zu meinem Umstieg, zu deinem Einstieg. Ich bin sehr, sehr gespannt, wer dieses Jahr gewinnt. Was schätzt du, wie viel Kilo nimmst du mit? Worauf kommst du? Ich muss das Laptop leider mitnehmen. Das ist das Problem. Das wird es ein bisschen kaputt machen, fürchte ich. Aber sonst wären wir so bei sechs, sieben Kilo vielleicht maximal. Ich werde, glaube ich, zwei Badehosen habe ich ja hingelegt schon. Die werde ich mitnehmen. Die werde ich eine Woche lang tragen und einen Tanktop. Also es wird ziemlich dünn tatsächlich. Zwei Badehosen, einen Tanktop. Ich packe noch ein Deo für dich ein. Ich überlege, welchen Rucksack nehme ich. Ich habe ja verschiedene Größen. Du ja auch. Guck mal, der liegt so hinter mir hier. Ich überlege, ob ich den kleinen tatsächlich nehme. Es ist schon fast wirklich nur noch Turnbeutelgröße, wie wir es immer sagen. Also vielmehr passt auch in einen Turnbeutel früher in der Schule auch nicht rein, glaube ich. Tja, das ist immer die Frage. Und damit ist auch schon meistens die Vorgabe gemacht. Mit dem kleinen Rucksack geht auch nur ein paar Schuhe rein. Das ist immer so ein bisschen, da sind fast die Flipflops nicht mehr möglich. Naja, die brauchen wir aber, glaube ich. Also ich glaube, wettertechnisch, wir gucken ja schon fast jeden Tag. Du schickst ja auch immer hier Fotos vom Wetter hin und her. Wir wissen noch gar nicht, wo wir hinfallen in Thailand. Also falls jemand da sein sollte gerade, schreibt doch gerne mal bei Instagram, bei Weltdornay, wo ihr seid, wo es am schönsten ist. Und dann suchen wir uns noch irgendeine von diesen Inseln da aus. Das müssen wir auch nochmal machen. Also wir haben noch richtig was zu tun, bevor es losgeht. Ja, mal gucken, das entscheiden wir auf dem Hinflug, wie es dann weitergeht. Mal schauen, aber du hast recht, ich freue mich riesig. Und ich freue mich A, weil ich das Land unheimlich toll finde. Ich war ja schon ein paar Mal da. Ich liebe Thailand und ich liebe generell Südostasien. Und freue mich einfach wahnsinnig, jetzt nach so vielen Jahren mal wieder hinzukönnen, die eben langstreckenmäßig auch nichts los war. Und dementsprechend, ja, fiebere ich dem nächsten Mittwoch entgegen, wenn es dann heißt, up in the air again. Und ich bin gespannt. Ich muss dir voller Erschrecken vorstellen, wir haben noch gar keine Thailand-Folge. Also wenn ihr auch Richtung Asien wollt, das liefern wir nochmal nach. Das machen wir nochmal, versprochen. Aber wenn es für euch runtergeht, wir haben was zu Vietnam, weiß ich. Wir haben was zu Myanmar. Wir haben was zu Singapur. Da könnt ihr schon mal so ein bisschen reinhören, falls es für euch auch in die Wärme gehen sollte. Gerade vor Weihnachten machen das ja nochmal viele für die Portion Sonne. Also sehr gerne mal reinhören, so ein bisschen das Asien-Feeling. Erleben, auch wir werden uns wieder schön an unseren kleinen Street-Food-Stand da setzen, auf die alten Plastikstühle, die es ja in Asien nun mal gibt. Da freue ich mich schon ganz besonders. Und dann Nudeln essen, Nudeln mit Reis, Bier trinken, Leute beobachten, die Roller fahren, selber Roller fahren. Also es wird eine bunte Mischung, glaube ich. Tja, mal gucken. Christoph will ja unbedingt zur Full-Moon-Party. Der will ja mal richtig Attacke machen auf Kopenhagen. Nee, Scherze, das ist gar nicht, glaube ich. Ich glaube, ich verpassen wir. Schade, Christoph. Schade, das ist ja wirklich schade. Kleiner Tipp, kann man sich mal angeguckt haben. Also ich war einmal da bei der Full-Moon-Party, aber ich würde jetzt vielleicht kein zweites Mal hinfahren. Das letzte Mal war daran, du wirst dich erinnern, waren wir ja auf QPP. Und QPP ist ja natürlich der absolute Influencer-Spot, mehr oder weniger. Da ist ja auch dieses Maya Bay, der Strand. Der war damals, als wir vor Corona da waren, das letzte Mal, war der dicht, Adrian. Jetzt habe ich aber gelesen, vor ein paar Monaten haben sie ihn wieder aufgemacht. Also sie merken anscheinend, Natur, sie ist ein bisschen erholt. Jetzt ist es wieder aufgemacht. Natürlich mit Beschränkungen, dass es nicht so ist wie früher, dass da Halligalli-Superparty ist. Aber ich glaube, man kann in QPP wieder auf diesen berühmten Maya Bay. Ja, ich war da ganz, ganz früher schon mal bei meiner allerersten Reisen nach Thailand. Das ist natürlich beeindruckend, allerdings ist das so beliebt, dass es halt, ja, da ist The Beach gedreht worden. Die müssen wir noch gucken, die müssen auf einmal vorher The Beach gucken. Kann ich nur empfehlen. Ist übrigens auch damals in unserer Reisefilm-Folge drin gewesen. Aber ja, wenn es dann da so voll ist, weiß ich nicht, ob das so cool ist. Was halt toll war, war, sich dann wirklich auf QPP so ein Boot zu mieten und dann mit drei, vier Leuten dort sich ein paar Bier einzupacken. Und da war ein ganz netter Typ, der uns dann ein paar Stunden lang um diese kleinen Inseln gefahren hat. Man ist mal schwimmen gegangen, hat sich das aber aus der Entfernung angeguckt. Das war auch toll. Man konnte ein bisschen schnorcheln, man konnte ein bisschen schwimmen in der Sonne liegen und auch vom Boot runterspringen, was mir ja immer persönlich viel Spaß macht. Da ein bisschen Risiko nochmal in die Gleichung mit reinzunehmen. Wie früher in Mathe, wo ich dann meistens falsch geschätzt habe beim Ergebnis. Aber naja. Also, ihr seht schon, worum wir das erzählen. Selbst wenn es für euch jetzt runtergeht, ihr müsst das alles gar nicht so durchplanen. Gerade Thailand sehr, sehr touristenfreundlich. Da kann man auch vor Ort nochmal ein Hotel finden und da nochmal eine Bootstour. Also, ihr seht an uns, man kann das relativ locker angehen. Noch ist nicht viel los. Ein Kumpel von uns ist gerade unten, der sagt, es ist alles überschaubar. Also, plant euch nicht tot, wenn es runtergehen sollte. Das machen wir auch nicht. Nur nochmal ein kleiner Hinweis an dieser Stelle tatsächlich. Ausnahmsweise weiß man nicht, Christoph. Wobei, ich habe deine legendäre drei-liederige Tagesplanungs-Excel-Datei, habe ich irgendwo schon gesehen. Das müsst ihr euch vorstellen. Christoph ist ja, das denkt man von ihm gar nicht, weil normalerweise in vielen anderen Bereichen ist Christoph schon so jemand, der den Tag reinlebt. Aber an der Stelle hier, wenn es ums Reisen geht, dann macht er Excel-Tabellen. Also, das ist, glaube ich, der einzige Bereich in deinem Leben, wo ich bei dir jemals eine Excel-Tabelle gesehen habe, ist, wenn du so eine Reise planst, da habt ihr dann morgens, mittags, abends, das ist so auf der Waagerechten abgetragen und dann von oben nach unten ist dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und am Ende nach morgens, mittags, abends, wo dann eingetragen wird, an welchem Ort man ist, steht am Ende dann immer Übernachtung, wo man übernachtet, in welchem Ort und das plant einmal ganz, ganz minutiös durch. Aber gibt es noch irgendwo anders eine Excel-Tabelle in deinem Leben? Ist das die einzige, oder? Das ist die einzige, die Spaß macht, sagen wir mal so. Vielleicht können wir das alleine so machen. Nein, tatsächlich, wenn du sagst, mit 30 Urlaubsdagen, die wir beide ja nun mal haben, ein bisschen planen muss man schon, damit man auch selber weiß, wo ist man, wann, wo muss man, wie sein, wann geht der Flieger oder das Boot oder das Schiff. Das hilft einem vor allem selber viel, so ein bisschen den Überblick zu behalten. Tatsächlich kann ich also nur empfehlen, irgendwann teilen wir das auch nochmal als kleinen Lifehack, würde ich jedenfalls nennen, als Travelhack hier tatsächlich. Das ist wohl so. Und was ich auch noch empfehlen kann, Christoph, ich springe gleich mal rein, denn wenn ihr jetzt nicht nach Thailand fliegen könnt, sondern ihr sagt, Mensch, ich möchte mich mit dem Reisen jetzt ein bisschen lokal hier in Deutschland auseinandersetzen und vielleicht ein paar Geschichten aus aller Welt hören, dann können wir euch empfehlen, in zwei Wochen ist das Berlin Travel Festival. Und zwar ist es am 25., 26. und 27. November ist das in Berlin und da dreht sich wirklich dann alles ums Reisen. Wir machen da gerne ein bisschen Werbung für, für die Freunde vom Berlin Travel Festival, denn, du wirst dich erinnern, vor Corona, ja, da sollten wir da auch mal auf der Bühne stehen und wir wollten einen Live-Podcast machen. Naja gut, wie so vieles wurde es abgesagt, ist also eine coole Veranstaltung, wenn man jetzt gerade eben nicht weg kann und nicht mal eben nach Thailand fliegt, so wie wir, gibt es verschiedene Aussteller. Ich habe schon vorhin mal geguckt, da sind wirklich, ich glaube, alle möglichen Herren Länder sind da vertreten, vom Spreewald bis zu den Sechellen, über Dresden, alles ist da vorhanden. Also ihr könnt euch gerne für den nächsten Urlaub schon mal ein bisschen Inspiration holen und so ein bisschen vor euch hin träumen, tatsächlich am Messegelände in Berlin. Genau, das magische Dreieck, Spreewald, Sechellen, Dresden, ja, wer kennt es nicht? Ich musste nur eben kurz auf die Internetseite gucken. Ja, ja, es geht aber auch, es geht nicht nur um Destinationen, es gibt auch Travel Gadgets, Tourorganisationen, Christophs Excel-Tabelle kann man sich dort angucken, die steht dort im Museum, die kann man dort kaufen. Und natürlich ganz, ganz viel Inspiration. Und als kleines Bonbon, als Cherry on the Cake, gibt es dieses Mal die Messe zusammen mit drei anderen Messen. Und zwar ist gleichzeitig noch die Boot & Fun, die Angelwelt und die Autocamping Caravan. Und ich kann sagen, als riesen Angelfan natürlich, für mich die Angelwelt ein Riesenthema. Und Christoph als kleines Bonbon, in dem Bonbon quasi die Füllung, so ein kleines Schokokernos und so weiches Karamell drin. Auf der Angelwelt steht ein Brewdog-Stand, da könnt ihr ganz fantastisches Brewdog-Bier trinken. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen stehen dort und verkaufen fleißig geniales Brewdog-Bier. Von daher kann ich diese ganze Veranstaltung, BTF und dann mal einmal rüber vorbeischauen, gar nicht hoch genug anpreisen. Und Christoph, sorry, jetzt haben wir hier das Cherry on the Cake, das Bonbon, haben da drin noch eine Füllung. Jetzt kommt außen draußen noch ein... Eine essbare Verpackung, wie Esspapier. Wie heißt das denn hier? So crunch. Ja, jetzt kommt ein crunch noch außen rum. Und zwar könnt ihr bei uns auf dem Instagram-Kanal, könnt ihr zwei Tickets gewinnen. Und zwar verlosen wir zwei Tickets, das wird dann ganz einfach in der üblichen Mechanik bei uns auf Instagram erklärt. Schaut mal vorbei unter dem Kanal Welttournee, findet ihr die Verlosung. Und dann mit ein bisschen Glück, da habt ihr dann direkt die Tickets gewonnen und könnt dann dort kostenfrei für 0 Euro in Berlin beim Berlin Travel Festival vorbeischauen. Ich muss Spreewald nochmal aufnehmen, Adrian. Wir haben ja eine Folge zum Spreewald und klar, es ist schon ein bisschen ausgedünnter. Jetzt habe ich nur eine Nachricht für dich gefunden, die wird dich ganz besonders interessieren. Denn der höchste Berg in Afrika, der Kilimanjaro, hat jetzt irgendwas, was man in Brandenburg manchmal nicht so oft hat. Und zwar mobiles Internet. Ist das nicht herrlich, Adrian, für dich auf dem Kilimanjaro oben Internet? Ja, dafür kriegt man auf dem Kilimanjaro wahrscheinlich auch keine in Knoblauch Wasser eingelegte Gewürzgurke. Das ist doch wahrscheinlich nicht. Ganz ehrlich, also ich sage mal so, mobiles Internet, ja, du weißt, ich bin da in dieser Frage vielleicht nicht der Beste, den man fragen soll, was besser ist. Aber du findest sicherlich auch Leute, die sagen nie Gurke. Das könnt ihr euch jetzt überlegen, ne, habe ich letztens nur gelesen, die versorgen das jetzt anscheinend teilweise schon besser als in Deutschland der Empfang da. Auch so die ganzen Nationalparks werden jetzt so nach und nach miteinander verbunden und versorgt mit Internet. Also, falls es Richtung Afrika, Tansania mal gehen sollte für euch, wisst ihr Bescheid, könnt ihr mal posten, könnt mal eine Nachricht schreiben bei uns bei Instagram, oben vom Berg runter, sehr gerne an Welttournee bei Instagram. Haben die eigentlich einen Lift, Christoph? Nee, ne, darum willst du ein Foto von oben haben, weil du selber so nicht hochkommst. Ja, irgendwie werden wir das schon mal hochkommst, dann werden wir mal gucken, wie wir das nochmal machen, das schaffen wir auch noch. Ja, ich bin mir sicher, ich kriege dich noch fit. Sehr gut. Und ansonsten, ja, so ganz langsam geht das Fernreisen wieder los, wir sagten es ja eben, Thailand, ich habe es auch gelesen, Japan-Eiernreise ist wieder vernünftig möglich, nach Bhutan kommt man, da müssen wir auch nochmal dran gehen, wie wir da in diese Richtung ein bisschen kommen. Bhutan, da oben braucht man ein Visum zwar vorher, aber ganz langsam öffnet sich so alles wieder, ne, es geht also mit den Fernreisen wieder los, wie lange haben wir Pause gemacht jetzt, drei Jahre, mehr oder weniger? Ja, es ist wieder Zeit. Wir haben noch alle sehen wollen und irgendwie kam jetzt letztens ein 195. dazu, hast du es mitbekommen? Kennst du Listenburg? Hast du das schon mal gehört? Listenburg? Ja, sagt dir das was? Ich kenne deine, ich kenne, wenn du mehrere von deinen Excel-Tabellen übereinander legst, das ist eine Listenburg, das kann ich sagen. Das war ein französischer, weiß nicht, Comedian oder Nutzer, wie auch immer bei Twitter und der hat dann mit Photoshop an Portugal und Spanien oben, wo Galicien so aufhört, hat er da einfach nochmal ein Land dran gebastelt. So, Twitter, du kennst es, viele Menschen haben viel Langeweile und so entstand daraus ein eigener Wikipedia-Eintrag, ein eigener Twitter-Account für das Ministerium und, und, und. Und so gibt es jetzt zumindest im Internet Listenburg. Und jetzt wollte ich dich nochmal fragen, ob du im Sommer nächstes Jahr vielleicht Zeit hättest, mit mir nach Listenburg zu fahren. Also Strände scheinen wirklich schön zu sein, Wetter natürlich auch, wunderbar da unten. Hättest du Bock nach Listenburg zu fahren? Wir machen eine Folge darüber. Ich würde mitkommen, aber ich habe leider schon zwei Wochen Atlantis gebucht. Ja, kann ich leider nicht. Mein Highlight diese Woche im Internet war auf Twitter übrigens, der Posteljungen hat gepostet, Bildung bei unseren Jugendlichen immer schlechter, viele können nicht mal die 14 Bundesländer auswendig. Ich fand das richtig gut und darunter haben sich dann Leute wirklich, aber sie haben es ja selber nicht, aber es sind 16 Bundesländer, es war wirklich köstlich, ist zu sehen. Wenn Satire daneben geht bei manchen Leuten. Also schaut mal, wenn ihr bei Twitter gerade Seitenlangeweile habt, einfach mal nach Listenburg und vielleicht ist es ja noch so ein Platz für eure nächste Reise, auch wenn es das leider nicht gibt. Trotzdem Galicien da oben, Portugal, sehr, sehr schön. Auch da müssen wir wieder mal hin, gerade jetzt im Winter, wenn man ein bisschen sonnenhungrig ist, geht das da sehr, sehr gut. Christoph, ich habe nochmal eine generelle Frage an dich, die ist mir letzte Woche, ich hatte eine kleine Geschäftsreise nach Schottland und ich hatte zwei Erlebnisse, die waren neu. Also als erstes, Christoph, das habe ich dir auch, ich habe dir das live aus dem Flieger geschrieben, ich hatte meine erste Notlandung oder Notfalllandung oder wie man das machen sagen möchte. Das stimmt, ja. Denn als wir in, ich bin aus Aberdeen geflogen nach London und wollte dann in Gatwick landen, beziehungsweise der Pilot und die Maschine wollten das, aber stand unten irgendwie ein Flugzeug falsch geparkt oder stand quer und wir konnten nicht landen. Dann sind wir nach Bournemouth geflogen. Warst du schon mal in Bournemouth? Nee, aber als du mir das geschrieben hast, habe ich natürlich sofort die Google-Suchmaschine angeschmissen und man guckt, was da so los ist. Die hat dann ein paar Tipps gegeben. Fußball konnte man sich angucken noch. Also ich war ja, der Service auch neben diesem Podcast ist vorhanden. Du hast das gemerkt, ne? Ja, ich sag mal so, das war echt faszinierend, was dann in Kraft ging, weil da ist was passiert. Also erstmal, ich hatte Glück, ich hatte dreieinhalb Stunden Zeit zwischen dem Flug und dem Flug weiter nach Berlin. Also ich war relativ beruhigt aufgrund dieser Landung, weil wir wollen dann weiter nach Gatwick. Der neben mir, der Mann, war richtig glücklich und ich habe das nicht verstanden. Ich so, was ist denn los? Er sagt, ich wohne in Bournemouth und er hofft, dass sie ihn da rauslassen. So, dann fing der an zu diskutieren und er hat in der halben Stunde versucht, den zu erklären, dass sie ihn doch einfach hier rauslassen können, dass er sich die ganzen Kosten für Zugfahren und so und alles sich spart. Er wohnt da irgendwie 150 Meter neben dem Flughafen oder so. Dürfen sie aber nicht, ne? Keine Chance, der ist eiskalt. Der ist eiskalt über sein Haus zurückgeflogen und ist dann in Gatwick raus und musste dann wieder eineinhalb Stunden wieder zurück. Ein anderer neben mir hatte ein Arsenal-Trikot schon an. Der wollte zum, der war auf der gegenüberliegenden Gangseite, der wollte zum Fußball spielen. Dem ging so langsam aber der Stift, weil der wusste, Anpfiff ist bald. Und er hat ja auf dem Hinflug mit seinem Kumpel alles durchgesprochen. Die waren mega laut, die ganze Aufstellung und so weiter. Ehrlich, ich habe mich ein ganz bisschen gefreut, weil die waren echt laut. Die waren so, okay gut, dann könnt ihr euch das Spiel auch noch weiter unterhalten. Und, aber was ich gelernt habe, wenn ihr da draußen mit Kindern unterwegs seid, ganz, ganz wichtig, weil dieses Flugzeug war leer. Also es war ein Kurzstreckenflug irgendwie von Schottland nach London, aus Aberdeen, Stunde 20. Und wir standen dann so zwei Stunden da am Boden und es gab kein Wasser mehr in diesem Flugzeug. Und Bournemouth, das war eine Start- und Landebahn, da gab es ja, der Tankwagen sah so aus wie so eine Rikscha. Ja, wie so, wie so ein, also da war einfach nur so ein kleiner Tank drauf, wie so eine Regentonne, wie bei Oppaniko in Kroatien damals, Christoph. Und es gab kein Wasser mehr und dieses Kind war am Wein und das war halt echt traurig, weil das Kind hat nichts zu trinken bekommen. Und die Mama hatte leider nichts eingepackt, das war, ja, also wenn ihr mal mit Kindern unterwegs seid, wahrscheinlich seid ihr erfahrener Eltern alle, das ist dann alles bekannt, kein neuer Tipp, aber nehmt genug Wasser mit für so einen Fall. Tja, das war sozusagen, was ich dich eigentlich fragen wollte, Christoph, war auch vom Wasser. Warte, ich muss da nochmal eingrätschen, auch nicht nur Wasser, sondern der alte Welttonetrip, der alte Welttonetrip. Es gibt ja im Supermarkt immer so kleine Studentenfutter abgepackt, so 50 Gramm, das haben wir auch immer im Rucksack. Denn, ich glaube, du hast es auch schon öfter mal erlebt, auch das Essen kann mal zunahe gehen. Und wenn du wirklich so auf einen Abendflug hast und wirklich der Magen schon knurr beim Einsteigen und du denkst, ach, ich bin ja eh gleich zu Hause und dann geht was schief. Ja, gut, wenn man so ein bisschen Studentenfutter oder irgendwelche Nüsse hat, das hilft einem schon mal, bevor man die ganzen Pringelstüten da kauft, die vielleicht auch selber schon ausverkauft sind, mehr oder weniger. Und ich hatte das mal, ich bin mal geschäftlich in Amerika gewesen, ein einziges Mal durfte ich mal nach Amerika geschäftlich. Äh, nee, stimmt nicht, zweimal. Aber in zehn Jahren. Und komme zurück und da war dieses Flugzeug, es gab nichts zu essen mehr. Also es gab einfach, es waren einfach alle. Und ich so, hör mal. Und das war so ein Flug, ich hab da in einem Bereich gesessen, wo du das Essen kaufen musstest. Ja, also man konnte dann auch auf dem Langstrengenflug, hat man irgendwie einen so einen Snack gekriegt, aber das waren halt irgendwie zwölf Stunden und ich hatte nochmal Hunger und nee, gab nichts mehr. War alle. Leer. Wie meine Tüte Pringels gab es noch. Also diese kleinen, ja, Nuss-Snacks, Studentenfutter kann ich wirklich nur empfehlen. Hundertprozentig. Wiegen nix, passen immer rein, halten ewig. Von daher, ich glaube, ich habe in meinem alten Rucksack bestimmt irgendwo ganz unten im Fach auch noch einen drin. Also die können wir nächste Woche nochmal antesten. Aber du wolltest noch was fragen. Ja, pass auf, eine ganz wichtige Frage. Pass auf. Wie stehst du zu Wasserkochern im Hotel? Ich kenne solche Leute wie uns, dich, die diesen Wasserkocher gerne mal nutzen zum Glühwein machen oder zum anderen erwärmen. Deshalb bin ich immer so ein bisschen vorsichtig tatsächlich. Kaffeemaschinen, Hotel und so weiter ist immer so ein bisschen seltsam. Auch diese ganzen Kapseldinge und so weiter, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Außer du hast ja noch irgendeine Empfehlung, wie man da gut durchkommt. Aber nutzt du es, oder wenn du dir jetzt so einen Tee machen wirst? Ich habe in meinem Leben noch nie einen Tee gemacht im Hotel, glaube ich. Siehst du? Also ich denke jedes Mal, was da wohl schon mit passiert ist. Stichwort Glühwein, ja, ja. Ja, das wäre noch, ganz ehrlich, das wäre noch ein so ein Szenario, wo ich sage mir, okay, da war halt mal Glühwein drin. Stichwort Wiener Würstchen. Okay, ja. Ja, das ist gut, okay. Als Wurstkocher kannst du es nehmen, aber naja, man weiß ja nicht, was da, aber ich habe trotzdem jetzt wieder zugeschlagen und habe wieder einen grünen Tee mir da gemacht oder hier so einen Earl Grey Morgens da in Schottland. Du musst nicht mal einen Teebeutel rein tun. Aber ich war mir nicht sicher, ob das gut ist. Also, wie gesagt, wenn ihr da, schreibt uns gerne mal bei Instagram oder so. Ich hatte das ja schon mal erwähnt, man erkennt die Qualität eines Hotels an dem Geruch, wenn man den Föhn anmacht. Ja, also wenn man den Föhn anmacht und das riecht schon nach verbrannter Dauerwelle, dann weiß man, die sind relativ selten getauscht. Aber Wasserkocher, nutzt ihr den oder nutzt ihr den nicht? Naja, könnt ihr mal reinschreiben. Dann haben wir auf jeden Fall hier Ying und Yang. Ich nutze ihn, Christoph, würde ihn nicht mit der Kneifzange anfassen. Es ist Glühweinzeit bald wieder. Na, guck mal, machen wir schön Glühwein. Oh, da freue ich mich schon drauf. Würde ich sagen, Christoph, war das ein kurzes, knackiges Lagerfeuer. Es ist ein bisschen warm geworden. Spätestens nach dem Wasserkocher haben wir auch Temperatur gekriegt. Und das, obwohl deine Holzstückchen alle so ein bisschen dünne waren dieses Mal. Aber ich würde sagen, du gehst jetzt mal in Ruhe an deine Excel-Tabelle und ich gehe mal schauen, dass ich unter sechs Kilo bleibe beim Kofferpacken und dein Deo nicht vergesse. Weil wenn du wirklich nur mit einem Tanktop fliegst, dann ist das selbst für unsere Verhältnisse, ist das Living on the Edge, sage ich mal. Reihe in der Turbo, das wiegt auch nichts. Ja, aber dann läufst du die ganze Zeit oben ohne rum. Ist auch in Ordnung. Wir werden das sehen, wir werden berichten. Wir werden auch ein paar Fotos schicken, Christoph. Diesmal werden wir wirklich mal richtig Fotos schicken aus dem Urlaub und werden mal zeigen, was da so abgeht und was wir da so vornehmen. Und ja, dementsprechend würde ich mal an der Stelle sagen, ist es das für diese Woche gewesen, eine kleine, knackige Folge. Seht es uns nach, dass sie ein bisschen später gekommen ist. Wir mussten gestern alle lange arbeiten. Das war gestern einfach mal, ich hätte gerne noch aufgenommen, Christoph, aber als ich dir dann um halb vier morgens gesagt habe, Ich bin fertig mit arbeiten, wir können jetzt mal loslegen. Da hast du gesagt, du bist jetzt auch gerade fertig mit Party machen und jetzt kannst du aber nicht mehr richtig sprechen. Von daher haben wir das auf heute Nachmittag verschoben. Ich hoffe, ihr seht uns nach und habt ein bisschen Spaß an der Folge. Wir haben uns sehr gefreut und dann habt jetzt noch einen restlichen, wunderbaren Samstag, morgen, schönen Sonntag und dann einen brillanten Start in die neue Woche und trink fleißig Glühwein aus dem Hotelwasserkocher vielleicht nicht, aber guten Durst und dann viel Spaß auf der BTF. Ciao! Ciao!